Ihr Vater habe Feindsender gehört und sie habe Angst gehabt, dass er entdeckt würde. Ihre Eltern hätten ihr untersagt, an den nationalsozialistischen Jugendaktivitäten teilzunehmen. Das sei ihr verständlich gewesen, habe aber trotzdem wehgetan. Und dann seien da, nach ihrer Hochzeit 1943, die Leute aus der Stadt gewesen, die vor der Tür gestanden und um Lebensmittel gebeten hätten. Sie habe nicht das geben können, was diese Leute offensichtlich gebraucht hätten. Schlimm sei das gewesen. Meine Eltern haben sich, so scheint mir, während der nationalsozialistischen Zeit weggeduckt. Sie haben gehofft, dass sie so durchkämen. Heldenhaft ist ihnen das im Rückblick wohl nicht vorgekommen, weshalb sie das Thema tunlichst vermieden. Waren sie unpolitisch? Eher nicht. Zumindest Vater war politisch meinungsstark, las Zeitung, hörte und sah Nachrichten und politische Sendungen. Vater und Mutter nahmen an jeder Wahl teil, vom Gemeinderat bis zum Bundestag. Nach eigenen Aussagen wählten sie immer CDU. Die waren für die Bauern. An dieses Argument von Vater erinnert sich Matthias. Und für die Kirche. An dieses Argument von Mutter erinnere ich mich. Die Partei und ihre Repräsentanten sollten es dann richten. Das eigene Aktionsfeld lag auf dem Hof und im Lokalen. Den Staat nutzte man, wenn er Angebote machte. Ansonsten ging man ihm besser aus dem Weg. Bezeichnend, dass von uns sieben Brüdern nur einer den Wehrdienst abgeleistet hat. Meine älteren Brüder haben mit teils originellen Argumenten das Soldatsein vermeiden können. Hermann war als Hoferbe unabkömmlich. Kaspar befand sich früh im Ausbildungsgang Pharmazie, der dem Studium in den 1960er Jahren vorgelagert war und wurde vorerst verschont.